NRW, 13 Jahre alt, ein Westfale, ein Engst von Donnerhall, Mutter von Rubinstein. Tellen, Langeharnberg, Deutschland, Germany. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier ist es gut. Das hat Wiener, da kam ich nicht schon. Danke schön. Und er genießt es hier, Herr Galstenhalle. Wenn man hier mal so auf den Ergebnissbildschirm schaut, dann kommen da schon ein paar Punkte zusammen. Passage 09, 9,5. Einen starken Schritt gab es sogar eine 10. Und... Starkend hin. Seht so eine Einwirkung des Reiters auch hier, nur höchste Noten. Schauen wir mal, was wir gleich mal herauskommen. Und das vorläufige Ergebnis von Desperados und Christina Spreer. Da müssen wir noch ein bisschen korrigieren bei M. Das Endergebnis ist nun 78,553%. Small correction at M for number 129. The final score is 78,553. Und hier kommt nun das vorläufige Ergebnis für Dämon Hill, NRB und Hellen Lange-Hanenberg. Bei E 82,234. Bei C... Bei A 82,128. Bei C 82,979. Bei M 84,362. Bei B 84,894. Ergibt zusammen 83,319%. Deutliche Führung für Hellen und Dämon Hill. Provisional score for number 123. Damon Hill, NRW und Helen Lange-Hanenberg. From Germany. It's a percentage of 83,319. Das nächste Paar M-Preis von Frauen und Magneten Winter Schulze in der Qualifikation.